Befolge die folgenden Schritte im Video, um Deinen D-Bot mit einem Amazon Echo Gerät zu verbinden. Stelle sicher, dass Dein Amazon Echo Gerät mit dem Internet verbunden ist. Öffne dann die Amazon Alexa App und gehe auf Einstellungen. Suche und aktiviere den D-Bot Skill. Wähle nun Dein ECOVAX Konto aus und gebe Dein Passwort ein, um Dich einzuloggen. Wähle anschließend Dein D-Bot Modell aus, um eine Verbindung mit Amazon Echo herzustellen. Jetzt kannst Du Dein D-Bot bequem über Dein Amazon Echo Gerät steuern.